Der Buddha und seine Lehre Inhalt der Lehre des Buddha ist der Weg zur Erlösung vom Leiden, dem alle lebenden Wesen in der Welt unterworfen sind. Der Begründer der buddhistischen Religionsgemeinschaft war der indische Prinz Siddhartha Gautama, oder Siddhartha Gautama, der im 5. Jahrhundert vor Christus im nördlichen Indien lebte und lehrte. Von ihm heißt es, dass er den Weg zur Befreiung vom Leiden in tiefer Versenkung erkannt hat, indem er das wahre Wesen unserer Welt durchschaute und damit dem Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt ein Ende setzte. Deshalb wird er Buddha, der Erwachte oder der Erleuchtete genannt. Es gibt bei den Buddhisten keine Vorstellung von einem höchsten Gott, der die Welt erschaffen hätte oder sie regierte. Und daher kann es auch keine Offenbarung eines höchsten Gottes geben, wie sie in den heiligen Schriften der Juden, Christen und Muslime bezeugt wird. Wenn die Buddhisten von Göttern sprechen, so sind damit nur höhere Wesen endlicher Lebensdauer gemeint, die eine von mehreren verschiedenen Daseinsformen im anfanglosen Kreislauf von Existenz, Leiden, Tod und Wiedergeburt angenommen haben. Götter sind mithin unerlöste Wesen wie wir Menschen auch. Der erhabene Buddha, der den Weg zur Erlösung gefunden hat, ist allen anderen Wesen durch sein selbsterrungenes Wissen über den Weg zur Erlösung überlegen. Der Buddha lädt seine Schüler dazu ein, seine Erkenntnis des Weges zur Erlösung selbst nachzuvollziehen. Das heißt, sich die seiner Lehre zugrunde liegenden Wahrheiten anzueignen und ihre Gültigkeit zu prüfen, indem sie seiner Lehre folgen und sich damit auf den Weg zur Erlösung begeben. Für Glauben an offenbartes Wissen, wie es etwa Christentum und Islam fordern, ist hier kein Platz. Denn Glaube allein bewirkt nach buddhistischem Verständnis nichts. Die heiligen Texte des Theravada-Buddhismus Unter den bis heute existierenden Formen des Buddhismus ist der Theravada, das heißt die Lehrmeinung der Ordensälteren, als die altertümlichste Tradition anzusehen. Seine Anhänger lehnen die Vorstellungen des Mahayana ab und sehen darin eine Verfälschung der Lehre des Buddha. Im Mahayana dagegen wurde die ältere Form abwertend als Hinayana, das heißt als kleines Fahrzeug, bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde früher auch in wissenschaftlichen Darstellungen verwendet, wird aber heute wegen ihres negativen Beigeschmacks meist vermieden. Kernländer der Theravada-Tradition sind heute Sri Lanka, Burma oder Myanmar, Thailand, Laos und Kambodscha. Man spricht deshalb auch von südlichem Buddhismus, im Unterschied zu den verschiedenen Formen des zentral- und ostasiatischen Buddhismus, die die Mahayana-Lehren akzeptiert haben. Größere Gruppen von Anhängern des Theravada leben heute aber auch in Indien, Nepal, Bangladesch, Malaysia und in Teilen Indonesiens. Aus seinem Ursprungsland Indien war der Buddhismus im 9. bis 13. Jahrhundert von Muslimen und durch das Wiedererstarken des Hinduismus so gut wie völlig vertrieben worden. Erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat er auch dort wieder Anhänger gewinnen können. Vom Prinzen Siddhartha zum erleuchteten Buddha Das Wort Buddha hat die Bedeutung Erwachter oder Erleuchteter und ist ein Ehrentitel für diejenigen, die aus eigener Kraft die erlösende Erkenntnis gewonnen haben und sie auch anderen zu vermitteln imstande sind. Vom Zeitpunkt des Gelübdes, den langen und schwierigen Weg bis zu dieser höchsten Form der Erleuchtung zu gehen, bis zum Zeitpunkt der Erleuchtung selbst, bezeichnet man diese Wesen als Bodhisattva oder Erleuchtungswesen. So dass wir genau genommen nicht von Buddhas Geburt, sondern von der letzten Geburt des Bodhisattvas sprechen müssen, der in dieser Existenz die Erleuchtung erlangt und zum Buddha wird. Nach buddhistischer Überlieferung gibt es nämlich in jeder der unzähligen Weltperioden einen Buddha. Der Entschluss, Buddha zu werden, stellt gleichsam die Bereitschaft zur Übernahme eines Amtes in der Weltordnung dar und zwar eine uneigennützige Leistung zum Wohle vieler Lebewesen, denn das erleuchtete Wesen könnte, wenn es wollte, auch ohne die Lehre anderen zu verkünden, sich endgültig vom leidvollen Dasein in der Welt befreien. In den ältesten buddhistischen Texten ist nur beiläufig von der Geburt des Religionsstifters die Rede, so dass wir einen jüngeren Text ausgewählt haben. Wie andere religiöse Traditionen hat auch die buddhistische Überlieferung schon früh begonnen, die Berichte über die Geburt ihres Religionsstifters mit Erzählungen von übernatürlichen Erscheinungen, Mythen und Legendenüberlieferungen auszuschmücken. Die Legende von der Geburt des Buddha In der Stadt Kapilavattu war das Fest zu Beginn des Asala-Monats verkündet worden. Viel Volk nahm daran teil. Die erhabene Königin Maya nahm vom siebenten Tage vor dem Vollmond an dem Fest teil, das prächtig mit Kränzen und Wohlgerüchen gefeiert wurde. Dabei enthielt sie sich der berauschenden Getränke. Am siebenten Tage stand sie in der Früh auf, batete sich im wohlriechenden Wasser und gab dann ein großes Almosen von 400.000 Geldstücken. Dann, mit allem Schmuck geziert, nahm sie ein treffliches Mahl ein, fasste den Entschluss, die acht Tugenden zu betätigen und begab sich in ihr prächtig geschmücktes Schlafgemach, wo sie sich auf ihr fürstiges Lager legte und einschlief. Da hatte sie folgenden Traum. Vier Großkönige hoben sie samt ihrem Bett auf und brachten sie nach dem Himalaya. Dort setzten sie sie in der Manosila-Ebene, die sich sechzig Meilen weit ausdehnt, unter einem sieben Meilen umspannenden großen Salabaume nieder und traten dann zur Seite. Darauf kamen ihre Gattinnen und brachten Maya nach dem Anotata-See. Hier badeten sie sie, um sie vor der menschlichen Unreine zu befreien, begleiteten sie mit einem himmlischen Gewande, besprengten sie mit Wohlgerüchen und überstreuten sie mit himmlischen Blumen. Nicht weit von dort ist der Silberberg, dessen Spitze ein goldenes Haus ist. Da machten sie ein nach Osten gerichtetes Lager zurecht und legten Maya darauf nieder. Hierauf stieg der Bodhisattva, also der zukünftige Buddha in seiner vorletzten Existenz, welchen der Gestalt eines herrlichen weißen Elefanten auf einem nahegelegenen Goldberge sich aufgehalten hatte, von da herab, stieg den Silberberg hinan, er kam dabei vom Norden her, fasste mit seinem Rüssel, der die farbene Silber im Bandes hatte, eine weiße Lotusblume und stieß ein lautes Gebrüll aus. So dann trat er in das goldene Haus ein, umschritt dreimal von rechts das Lager seiner Mutter, berührte ihre rechte Seite und ging so gleichsam in ihren Leib ein. So nahm er am letzten Tage des Assala-Festes seine Wiedergeburt. Als am nächsten Morgen die Fürstin erwacht war, erzählte sie dem König ihren Traum. Der König ließ 64 ausgezeichnete Brahmanen rufen und für sie auf der Erde mit grünem Laub und allerlei Blumen herrlich geschmückte, kostbare Sitze herrichten. Als die Brahmanen sich hier niedergelassen hatten, ließ er goldene und silberne Schüsseln mit Reisbrei, der mit Butter, Honig und Zucker bereitet war, anfüllen, diese wieder mit goldenen und silbernen Gefäßen zudecken und gab sie ihnen. Und auch mit neuen Gewändern, roten Kühen und anderen Geschenken aller Art erfreute er sie. Als nun alle ihre Wünsche erfüllt waren, erzählte er den Traum und fragte, was wird geschehen? Die Brahmanen erwiderten, sei unbesorgt, o Großkönig, im Schoße deiner Gattin befindet sich eine Leibesfrucht, und zwar eine männliche, keine weibliche. Einen Sohn wirst du bekommen, wenn dieser das häusliche Leben wählen wird, wird er ein König werden, ein Weltherrscher, wenn aber das Haus verlassen und Mönch werden wird, wird er ein Buddha werden, vor dem in der Welt alles Dunkel weicht. Als nun die große Königin Maya den Bodhisattva wie Sesamöl in einem Gefäße zehn Monate in ihrem Schoße getragen hatte und zur Entbindung reif war, bekam sie Lust, sich nach der Stadt ihrer Verwandten zu begeben, und sie sprach zu ihrem Gatten, dem König Sudodana, »Ich wünsche, Fürst, nach der meiner Familie gehörigen Stadt Devadaha zu gehen.« Der König gab mir den Worten, »Es ist gut, seine Zustimmung zu erkennen,«, und er ließ die Straße von Kapilavattu nach der Stadt Devadaha ebnen und mit Bananenzweigen gefüllten Wassertöpfen mit Fahnen und Flaggen verzieren. Dann ließ er die Fürstin auf einer goldenen Sänfte sich niederlassen, diese von tausend Dienern aufheben und ließ sie herauf mit großer Gefolgschaft ziehen. Nun befindet sich zwischen den beiden Städten, dem Bewohner beider Städte gehörend, ein herrlicher Saalerwald, der Luminiewald mit Namen. Zu dieser Zeit war von der Wurzel bis zu den Enden der Zweige alles wie zu einer einzigen Frucht entwickelt, und zwischen den Zweigen und den Blumen weiten Schwärme fünffarbiger Bienen und allerlei Arten von Vögeln, die mit süßer Stimme zwitscherten. Der ganze Luminiewald glich einem Götterhaine und war eine wohl ausgestattete Trinkhalle eines mächtigen Königs. Als nun die Fürstin diesen Saalerwald sah, bekam sie Lust, sich darin zu ergehen. Die Diener nahmen die Königin und betraten den Saalerwald. Sie ging dann an den Fuß eines herrlichen Saalerbaumes, und begehrte, einen Saalerzweig zu erfassen. Der Saalerzweig bog sich herab, wie die Spitze eines dampfdurchnästen Rohres, und kam ihrer Hand nahe. Sie streckte die Hand aus und erfasste den Zweig, und nun begannen die Wehen. Viele Leute kamen herbei und verfertigten ein Zelt um sie, und während sie so den Saalerzweig haltend dastand, gebar sie ihr Kind. In diesem Augenblick kamen vier Götter reinen Herzens mit einem goldenen Netz und fingen den Bodhisattva mit dem goldenen Netze auf. Da stellten sie ihn vor seine Mutter und sagten, sei gesegnet, Königin, ein hochmächtiger Sohn ist dir geboren. Während aber andere Wesen, wenn sie aus dem Mutterleib hervorgehen, mit widerlicher Unreinheit behaftet aus dem Mutterleib hervorgehen, war dies nicht so bei dem Bodhisattva. Dieser ging, wie ein Prediger von der Kanzel oder wie ein Mann von der Leiter herabsteigt aus dem Mutterleib hervor, indem er beide Hände und Füße ausstreckte und da stand, ohne infolge seines Aufenthaltes im Mutterleib durch eine Unreinheit befleckt zu sein, rein und weiß und strahlend wie ein auf ein Gewand aus feiner Baumwolle gelegter Edelstein. Hierauf kamen nur den Bodhisattva und seine Mutter zu ehren, vom Himmel zwei Wolkengüsse herab und erfrischten seinen und seiner Mutter Körper. Nun nahm ihn aus der Hand der Götter, die ihn mit dem goldenen Netze aufgefangen und hingestellt hatten, vier Großkönige in Empfang und legten ihn auf eine kostbare, auserwählte, angenehm zu berührende Decke aus Fällen. Aus ihrer Hand nahmen ihn dann die Menschen und legten ihn auf eine Rolle von feinem Tuch. Von der Hand am Menschen machte er sich los, stellte sich auf die Erde und schaute nach Osten. Einige tausend Welten waren seinem Auge wie ein einziger Raum. Da verehrten ihn die Götter und Menschen mit Wohlgerüchen und Grenzen und sprachen, du großer Held, hier ist keiner, der dir gleich ist. Wo soll ein Hörer sein? So schaut er nach den vier Himmelsrichtungen, nach unten und nach oben und nachdem er die zehn Himmelsgegenden betrachtet und keinen seinesgleichen gefunden hatte, sagte er, dies ist Norden und machte sieben große Schritte, während ihm von dem Gott Brahma der Sonnenschirm, von Suyama der Jagdvegel getragen wurde und die anderen Götter die übrigen königlichen Attribute und Insignien in den Händen hielten. Beim siebenten Schritte stand er still, rief mit seiner hellen Stimme, ich bin der Erste der Welt, ich bin der Beste der Welt, ich bin der Edelste der Welt, dies ist meine letzte Geburt, es gibt für mich keine Wiedergeburt mehr. Weltflucht und Asketenjahre Dem Bodhisattva wurde als Sohn des Königs Sudodhana eine Erziehung zuteil, die ihn auf seine Aufgaben als Herrscher vorbereitete. Den älteren Quellen ist zu entnehmen, dass es sich bei dem Staat der Sakyas, dem diese Familie angehörte, genau betrachtet um eine Adelsrepublik gehandelt hat. Der Vater des Buddha war oberhaupt einer der Familien, die turnusmäßig diesen Staat regierten und der deshalb den Titel eines Königs führte. Welche Motive mögen nun den Prinzen Siddhartha dazu bewogen haben, das luxuriöse Leben in einem so privilegierten Haus aufzugeben und es mit dem entbehrungsreichen Dasein eines heimatlosen wandernden Asketen zu vertauschen. Darüber erzählt uns die Legende, dass der Bodhisattva sich zur Weltflucht entschlossen habe, nachdem ihm bei vier Ausfahrten die Unvermeidbarkeit von Alter, Krankheit und Tod bewusst geworden sei. Die älteste erhaltene Fassung dieser Erzählung findet man in einem Predigttext des historischen Buddha. Sie bezieht sich dort auf den mythischen Buddha Vipassi, der in grauer Vorzeit gelebt haben soll. Die Legende wurde später in die traditionelle Biografie des historischen Buddha eingefügt. Wir geben sie hier in ihrer ältesten Fassung wieder. Der König Banduma aber, ihr Mönche, ließ für den Jüngling Vipassi drei Paläste erbauen. Einen für die Regenzeit, einen für die Winterszeit, einen für die Sommerzeit und bereitete ihm die Genüsse aller fünf Sinne. Da verlebte denn ihr Mönche, der Jüngling Vipassi im Palast der Regenzeit, die vier Regenmonate, umgeben von der Musik von Frauen und stieg nicht vom Palast hinab. Als aber viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, sprach der Jüngling Vipassi ihr Mönche zu seinem Wagenlenker also. Mein lieber Wagenlenker, spanne alle die schönen Wagen an. Wir wollen in den Park fahren, um die Städte dort zu beschauen. Ja, Herr. So nahm der Wagenlenker ihr Mönche den Befehl des Jünglings Vipassi an, ließ alle schönen Wagen anspannen und meldete dem Jüngling Vipassi, alle die schönen Wagen, Herr, sind für dich angespannt. Tue, was du jetzt an der Zeit hältst. Da bestieg ihr Mönche der Jüngling Vipassi einen schönen Wagen und mit allen den schönen Wagen fuhr er hinaus zum Park. Wie da nun der Jüngling Vipassi ihr Mönche zum Park hinaus fuhr, sah er einen Greis, gekrümmt wie ein Gabeldach, gebückt, auf einen Stab abgestützt einher wandernd, schwach, der Jugend kraftbar. Wie er den sah, sprach er zum Wagenlenker, was ist mit diesem Manne geschehen, lieber Wagenlenker, sein Haar ist nicht wie bei anderen Leuten und sein Leib ist nicht wie bei anderen Leuten. Das ist einer, den man Greis nennt, Herr. Und was ist das, lieber Wagenlenker, ein Greis? Einen Greis, Herr, nennt man den, der nicht mehr lange zu leben hat. Bin ich denn auch, lieber Wagenlenker, dem Alter unterworfen und von des Alters Macht nicht frei? Du, Herr, und wir alle sind dem Alter unterworfen und von des Alters Macht nicht frei. So habe ich heute genug von dem Park, lieber Wagenlenker, fahre jetzt zurück zu meinem Palast. Ja, Herr, so nahm der Wagenlenker ihr Mönche den Befehl des Jünglings Vipassi an und fuhr von dort zurück zu seinem Palast. Da verfiel denn ihr Mönche der Jüngling Vipassi drinnen in seinem Palast voll Schmerz und Trauer in Sinnen. Wehe dem, was man Geburt nennt, wenn dem geborenen Alter verhängt ist. Der König Banduma aber, ihr rufen und sprach zu ihm, hat denn der Jüngling mein lieber Wagenlenker am Park Vergnügen gefunden? Hat der Jüngling lieber Wagenlenker des Parkes sich erfreut? Der Jüngling Herr hat am Park kein Vergnügen gefunden. Der Jüngling Herr hat sich des Parkes nicht erfreut. Was hat denn der Jüngling gesehen, lieber Wagenlenker, wie er zum Park hinausfuhr? Der Jüngling Herr wie er zum Park hinausfuhr, hat einen Greis gesehen, gekrümmt wie ein Gabeldach, gebückt, auf einen Stab gestützt, einher wandernd, schwach, der Jugend kraftbar. Wie er den sah, sprach er, was ist mit diesem Manne geschehen? Sein Haar ist nicht wie bei anderen Leuten und sein Leib ist nicht wie bei anderen Leuten. Das ist einer, den man Greis nennt, Herr. Und was ist das, lieber Wagenlenker, ein Greis? Einen Greis, Herr, nennt man den, der nicht mehr lange zu leben hat. Bin ich denn auch, lieber Wagenlenker, dem Alter unterworfen und von des Alters Macht nicht frei? Wir alle sind dem Alter unterworfen und von des Alters Macht nicht frei. So habe ich heute genug von dem Park, lieber Wagenlenker, fahre jetzt zurück zu meinem Palast. Da sprach ihr Mönche, der König Banduma zu sich also, wenn es nur nicht vereitelt wird, dass der Jüngling wie Passi König wird, wenn nur nicht der Jüngling wie Passi der Welt entsagt, um in die Heimatlosigkeit zu gehen, wenn nur die Vorhersagung der vorzeichenkundigen Brahmanen nicht wahr wird. Da bereitete der König Banduma ihr Mönche dem Jüngling wie Passi noch immer mehr Genüsse der fünf Sinne, damit der Jüngling wie Passi König würde, damit der Jüngling wie Passi der Welt nicht entsagte, um in die Heimatlosigkeit zu gehen, damit die Vorhersagung der vorzeichenkundigen Brahmanen zunichte würde. So hatte denn ihr Mönche der Jüngling wie Passi die Genüsse aller fünf Sinne zum Besitz und zu Eigen und ließ sich in ihnen wohl sein. Als aber viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, sprach der Jüngling wie Passi ihr Mönche zu seinem Wagenlenker also. Mein lieber Wagenlenker, spanne alle die schönen Wagen an. Wir wollen in den Park fahren, um die Städte dort zu beschauen. Ja, Herr, so nahm der Wagenlenker ihr Mönche den Befehl des Jünglings wie Passi an, ließ alle schönen Wagen anspannen und meldete dem Jüngling wie Passi, alle die schönen Wagen, Herr, sind für dich angespannt, tue, was du jetzt an der Zeit hältst. Da bestieg ihr Mönche der Jüngling wie Passi einen schönen Wagen und mit allen den schönen Wagen fuhr er hinaus zum Park. Wie da nun der Jüngling wie Passi ihr Mönche zum Park hinaus fuhr, sah er einen kranken Mann, leidend, voll schweren Sichtums daliegend in seinem eigenen Urin und Kot, von anderen aufgerichtet, von anderen niedergelegt. Wie er den sah, sprach er zum Wagenlenker, was ist mit diesem Mann geschehen, lieber Wagenlenker? Seine Augen sind nicht wie bei anderen Leuten und seine Stimme ist nicht wie bei anderen Leuten. Das ist einer, den man einen kranken nennt, Herr. Und was ist das, lieber Wagenlenker, ein Kranker? Einen kranken Herr nennt man einen, bei dem es möglich ist, dass er von seiner Krankheit genesen könnte. bin ich denn auch, lieber Wagenlenker, der Krankheit unterworfen und von der Krankheit Macht nicht frei? Du, Herr, und wir alle sind der Krankheit unterworfen und von der Krankheit Macht nicht frei. So habe ich heute genug von dem Park, lieber Wagenlenker, fahre jetzt zurück zu meinem Palast. Ja, Herr. So nahm der Wagenlenker ihr Mönche den Befehl des Jünglings Vipassi an und fuhr von dort zurück zu seinem Palast. Da verfiel denn ihr Mönche der Jüngling Vipassi drinnen in seinem Palast voll Schmerz und Trauer in Sinnen. Wehe dem, was man Geburt nennt, wenn dem geborenen Alter verhängt ist, wenn dem geborenen Krankheit verhängt ist. Der König aber ließ den Wagenlenker rufen und ließ sich von der Ausfahrt des Jünglings Vipassi in den Park berichten. Da sprach ihr Mönche der König Banduma zu sich also, wenn es nur nicht vereitelt wird, dass der Jüngling Vipassi König wird, wenn nur nicht der Jüngling Vipassi der Welt entsagt, um in die Heimatlosigkeit zu gehen. Als aber viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, sprach der Jüngling Vipassi ihr Mönche zu seinem Wagenlenker also, Mein lieber Wagenlenker, spanne alle die schönen Wagen an, wir wollen in den Park fahren, um die Städte dort zu beschauen. Ja, Befehl des Jünglings Vipassi an, ließ alle schönen Wagen anspannen und meldete dem Jüngling Vipassi, alle die schönen Wagen, Herr, sind für dich angespannt, tue, was du jetzt an der Zeit hältst. Da bestieg ihr Mönche, der Jüngling Vipassi einen schönen Wagen und mit allen den schönen Wagen fuhr er hinaus zum Park. Wie da nun der Jüngling wie Vipassi ihr Mönche zum Park hinaus fuhr, sah er eine große Menschenmenge, die zusammengeströmt war, und Gewänder von vielen Farben wurden entfärbt. Wie er das sah, sprach er zum Wagenlenker, was ist da für eine große Menschenmenge zusammengeströmt, lieber Wagenlenker, und Gewänder von vielen Farben werden entfärbt. Das ist, Herr, was man einen Toten nennt. So fahre denn mit dem Wagen dorthin, lieber Wagenlenker, wo der Tote ist. Ja, Herr. So nahm der Wagenlenker ihr Mönche den Befehl des Jünglings Vipassi an und fuhr mit dem Wagen dorthin, wo der Tote war. Da sah der Jüngling Vipassi ihr Mönche den hingeschiedenen Toten. Wie er ihn sah, sprach er zum Wagenlenker, Was ist das, lieber Wagenlenker, ein Toter? Einen Toten, Herr, nennt man jemanden, den seine Mutter und sein Vater und seine anderen Verwandten und Blutsfreunde nicht mehr sehen werden. Und auch er wird seine Mutter und seinen Vater und seine anderen Verwandten und Blutsfreunde nicht mehr sehen. Bin ich denn auch, lieber Wagenlenker, dem Tod unterworfen und von des Todes Macht nicht frei? Werden auch mich der König und die Königin und meine anderen Verwandten und Blutsfreunde nicht mehr sehen? Und werde auch ich den König und die Königin und meine anderen Verwandten und Blutsfreunde nicht mehr sehen? Du, Herr, und wir alle sind dem Tode unterworfen und von der Macht des Todes nicht frei. So habe ich heute genug von dem Park, fahre jetzt zurück zu meinem Palast. Da verfiel denn ihr Mönche, der Jüngling wie Passi drinnen in seinem Palast voll Schmerz und Trauer in Sinnen. Wehe dem, was man Geburt nennt, wenn dem geborenen Alter verhängt ist, Krankheit verhängt ist, Tod verhängt ist. Der König aber ließ den Wagenlenker rufen und ließ sich von der Ausfahrt des Jünglings wie Passi in den Park berichten. Da sprach ihr Mönche, der König Banduma zu sich also, wenn es nur nicht vereitelt wird, dass der Jüngling wie Passi König wird, wenn nur nicht der Jüngling wie Passi der Welt entsagt, um in die Heimatlosigkeit zu gehen. Als aber viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, sprach der Jüngling wie Passi ihr Mönche zu seinem Wagenlenker also, mein lieber Wagenlenker, spanne alle die schönen Wagen an, wir wollen in den Park fahren, um die Städte dort zu beschauen. Ja, Herr, so nahm der Wagenlenker ihr Mönche den Befehl des Jünglings wie Passi an, ließ alle schönen Wagen anspannen und meldete dem Jüngling wie Passi, alle die schönen Wagen, Herr, sind für dich angespannt, tue, was du jetzt an der Zeit hältst. Da bestieg ihr Mönche der Jüngling wie Passi einen schönen Wagen und mit allen den schönen Wagen fuhr er hinaus zum Park. Wie da nun der Jüngling wie Passi ihr Mönche zum Park hinaus fuhr, sah er einen kahlköpfigen Mann, der der Welt entsagt hatte und gelbe Gewänder trug. Wie er den sah, sprach er zum Wagenlenker, was ist mit diesem Mann geschehen, lieber Wagenlenker, sein Haupt ist nicht wie bei anderen Leuten und seine Gewänder sind nicht wie bei anderen Leuten. Das ist einer, den man einen Welt entsagenden nennt, Herr. Und was ist das, lieber Wagenlenker, ein Welt entsagender? Welt entsagend, Herr, nennt man jemandem, bei dem es heißt, gut ist es, der Wahrheit nachwandeln, gut ist es, in Frieden wandeln, gut ist es, Recht tun, gut ist es, verdienstliches tun, gut ist es, niemandem Schaden tun, gut ist es, aller Wesen sich erbarmen. Gut ist es, dann um diesen Welt entsagenden bestellt, lieber Wagenlenker, denn gut ist es, lieber Wagenlenker, der Wahrheit nachwandeln, gut ist es, aller Wesen sich erbarmen, so fahre denn mit dem Wagen dorthin, lieber Wagenlenker, wo der Welt entsagende ist. Ja, Herr. So nahm der Wagenlenker ihr Mönche den Befehl des Jünglings wie Passi an und fuhr mit dem Wagen dorthin, wo der Welt entsagende war. Der Jüngling wie Passi aber sprach zum Welt entsagenden, was ist mit dir geschehen, mein Lieber? Dein Haupt ist nicht wie bei anderen Leuten und deine Gewänder sind nicht wie bei anderen Leuten. Ich bin Herr, was man einen Welt entsagenden nennt. Und was bedeutet das lieber, dass man dich einen Welt entsagenden nennt? Welt entsagend, Herr, nennt man mich, weil es bei mir heißt, gut ist es der Wahrheit nachwandeln, gut ist es in Frieden wandeln, gut ist es Recht tun, gut ist es Verdienstliches tun, gut ist es niemandem Schaden tun, gut ist es aller Wesen sich erbarmen. Da sprach der Jüngling wie Passi ihr Mönche zum Wagenlenker also, so nimm denn den Wagen, lieber Wagenlenker, und fahr von hier zu meinem Palast zurück. Ich aber werde mir hier Haar und Bart scheren lassen, werde gelbe Gewänder anlegen und der Welt entsagend in die Heimatlosigkeit gehen. Ja, Herr. So nahm der Wagenlenker den Befehl des Jünglings wie Passi an, nahm den Wagen und fuhr von dort zum Palast zurück. Der Jüngling wie Passi aber ließ sich an jenem Ort Haar und Bart scheren, legte gelbe Gewänder an und ging der Welt entsagend in die Heimatlosigkeit. Strenge Askese Dieser Gang in die Heimatlosigkeit war der Anfang des langen Weges, an dessen Ende die Erleuchtung stand. Zunächst wurde der Bodhisattva Schüler berühmter damaliger religiöser Lehrer, die von sich behaupteten, den Weg zur Erlösung vom Leiden gefunden zu haben und diesen Weg auch lehren zu können. Als er aber erkannte, dass die Lehrende Asketen seiner Zeit nicht zur Erlösung führten, begann der Bodhisattva sich harten Kasteiungen zu unterwerfen. Darüber hat der Buddha später in seinen Predigten ausführlich berichtet. Wir geben nun einen der ältesten Berichte über die seine Erleuchtung unmittelbar vorangehende Zeit wieder. Der Buddha spricht hier mit Agivesana, einem Asketen, der einer anderen Religionsgemeinschaft angehörte. Dieser redet den Buddha mit seinem Familiennamen Gotama an. Wie ich nun so danach suchte, Agivesana, was das Rechte ist, und nach der höchsten Städte edlen Friedens forschte, kam ich im Lande der Magadas von Ort zu Ort wandernd nach Uruvela. Dort sah ich einen lieblichen Fleck Erde und ein schönes Gehölz. Ein Fluss floss dort, klar, mit schönen Badeplätzen und lieblich, und ringsum lagen Dörfer, wohin man gehen konnte. Da sprach ich zu mir, lieblich fürwahr ist dieser Fleck Erde. So setzte ich mich denn dort nieder und dachte, so ist es gut für mein Streben. Da wurden mir drei Gleichnisse offenbar. Wie wenn da ein feuchtes, saftiges Stück Holz wäre, das man ins Wasser geworfen hätte, und nun käme ein Mann mit einem oberen Reibholz und dächte, ich will Feuer erzeugen und eine Flamme hervorbringen. Wie meinst du, Agivesana, wenn der Mann jenes feuchte, saftige Stück Holz, das man ins Wasser geworfen hat, mit seinem oberen Reibholz riebe, würde er sowohl Feuer erzeugen und eine Flamme hervorbringen? Das würde er nicht, mein guter Gotama. Und weshalb nicht? Jenes Stück ist ja feucht und saftig und man hat es ins Wasser geworfen. So würde nichts dabei herauskommen, als dass der Mann Mühe und Plage hätte. Ebenso steht es Agivesana mit jenen Asketen und Brahmanen, die sich mit ihrer Körperlichkeit von Begierden nicht losgemacht haben und bei denen auf die Begierden sich richtend die Lust zu den Begierden und Betäubung durch die Begierden noch nicht in ihrem Innern vollkommen aufgegeben und beruhigt ist. Wenn diese Asketen und Brahmanen durch asketisches Verhalten entstandene sind sie nicht fähig Erkenntnis und höchste Erleuchtung zu erlangen. Und wenn diese Asketen und Brahmanen keine durch asketisches Verhalten entstandenen schmerzhaften Empfindungen fühlen, sind sie ebenso wenig fähig Erkenntnis und höchste Erleuchtung zu erlangen. Dies ist das erste Gleichnis, das mir offenbart wurde. Und ein zweites Gleichnis wurde mir offenbar. Wie wenn da ein feuchtes, saftiges Stück Holz Wasser auf trockenen Boden hingeworfen und nun käme ein Mann mit dem oberen Reibholz und dächte, ich will Feuer erzeugen und eine Flamme hervorbringen. Wie meinst du nun, Agivesana, wenn der Mann dieses täte, würde er so wohl Feuer erzeugen? Das würde er nicht, mein guter Gotama. Und weshalb nicht? Jenes Stück Holz ist ja feucht und saftig, mein guter Gotama. Und wenn es auch fern vom Wasser auf trockenem Boden hingeworfen ist, so würde nichts dabei herauskommen, als dass der Mann Mühe und Plage hätte. Ebenso steht es Agivesana mit jenen Asketen und Brahmanen, die sich zwar mit ihrer Körperlichkeit von Begierden losgemacht haben, bei denen aber Lust zu den Begierden und die Betäubung durch die Begierden noch nicht völlig aufgegeben und beruhigt ist. Wenn diese Asketen und Brahmanen durch asketisches Verhalten entstandene schmerzhafte Empfindungen fühlen, so sind sie ebenso wenig fähig, Erkenntnis und höchste Erleuchtung zu erlangen. Dies ist das zweite Gleichnis. Und ein drittes Gleichnis. Wie wenn da ein trockenes dürres Stück Holz wäre, fern vom Wasser auf trockenen Boden hingeworfen und nun käme ein Mann mit einem oberen Reibholz und dächte, ich will Feuer erzeugen und eine Flamme hervorbringen. Wie meinst du nun, Agivesana, wenn der Mann jenes trockene Dürre Stück Holz, das man fern vom Wasser auf trockenen Boden hingeworfen hat, mit seinem oberen Reibholz Riebe, würde er so wohl Feuer erzeugen, eine Flamme hervorbringen? Ja, das würde ja, mein guter Gotama. Und weshalb? Jenes Stück Holz ist ja trocken und dürr, und man hat es fern vom Wasser auf trockenen Boden hingeworfen. Ebenso steht es Agivesana mit jenen Asketen und Brahmanen, die sich mit ihrer Körperlichkeit von Begierden losgemacht haben und bei denen die Lust zu den Begierden und die Betäubung durch Begierden in ihrem Innern vollkommen aufgegeben und beruhigt ist. Wenn diese Asketen und Brahmanen durch asketisches Verhalten entstandene schmerzhafte Empfindungen fühlen, so sind sie fähig Erkenntnis, Schauen, höchste Erleuchtung zu erlangen. Und wenn diese Asketen und Brahmanen keine durch asketisches Verhalten entstandenen Empfindungen fühlen, sind sie gleichfalls fähig, Erkenntnis, Schauen, höchste Erleuchtung zu erlangen. Dies, Agivesana, ist das dritte Gleichnis. Dies sind die drei Gleichnisse, die mir offenbar wurden. Da sagte ich zu mir, ich will meine Zähne aufeinander pressen, die Zunge gegen den Gaumen stemmen und mit dem Geist die Gedanken niederhalten und niederdrücken. Und ich presste meine Zähne aufeinander stemmte die Zunge gegen den Gaumen und hielt mit dem Geist die Gedanken nieder und drückte sie nieder. Wie ich da meine Zähne aufeinander presste, brach mir aus den Achselhöhlen der Schweiß hervor. Wie wenn ein starker Mann einen schwächeren Mann am Haupt packt oder an der Schulter und ihn niederhält und niederdrückt, so presste ich meine Zähne aufeinander und mir brach aus den Achselhöhlen der Schweiß hervor. Da war meine Kraft angespannt und zog sich nicht zurück und meine Wachsamkeit war rege und nicht zerstreut. Mein Körper war aufgeregt und in Unruhe, indem ich von meinem Streben angestachelt war durch solch schmerzensreiches Streben. Und die Schmerzempfindung von solcherlei Gestalt, die sich in mir erhoben hatte, war nicht imstande, sich meines Geistes zu bemächtigen. Da sagte ich zu mir, ich will die Versenkung durch Nichtatmen üben. Da hielt ich Einatmen und Ausatmen durch Mund und Nase zurück. Wie ich da Einatmen und Ausatmen durch Mund und Nase zurück hielt, entstand durch die Winde, die durch die Gehörgänge hinausgingen, ein mächtiges Geräusch. Da war meine Kraft angespannt, meine Wachsamkeit rege und nicht zerstreut und die Schmerzempfindung war nicht imstande, sich meines Geistes zu bemächtigen. Da sagte ich zu mir, ich will die Versenkung durch Nichtatmen weiter üben. Da hielt ich weiter Einatmen und Ausatmen durch Mund, Nase und Ohren zurück. Wie ich dies tat, schlugen heftige Winde gegen mein Haupt an. Da sagte ich zu mir, ich will diese Versenkung durch Nichtatmen noch weiter üben. Da hielt ich Agivesana Einatmen und Ausatmen durch den Mund, Nase, Ohren zurück. Wie ich dies tat, erhoben sich in meinem Kopf heftige Kopf Schmerzen. Wie ich nun diese Versenkung durch Nichtatmen weiter übte, schnitt mir heftige Winde in den Bauch und schließlich entstand heftiges Brennen in meinem Körper, wie wenn zwei starke Männer einen schwächeren Mann hier und dort an den Armen ergriffen und ihn in einer Grube voll glühender Kohlen durch die Hitze quälten und peinigten, so war meine Kraft angespannt, meine Wachsamkeit rege und nicht zerstreut und die Schmerzempfindung war nicht im Stande sich meines Geistes zu bemächtigen. Als nun die überirdischen Wesen mich sahen, sagten sie, der Asket Gotama ist verschieden. Einige aber sagten, verschieden ist der Asket Gotama nicht, aber er ist im Verscheiden und wieder andere überirdische Wesen sagten, verschieden ist der Asket Gotama nicht und er ist auch nicht im Verscheiden der Asket Gotama ist ein Heiliger und solches ist der Zustand eines Heiligen. Da sagte ich zu mir, ich will anfangen, mich ganz und gar der Nahrung zu enthalten. Die überirdischen Wesen kamen zu mir und sagten, fange nicht an, verehrter, dich ganz und gar der Nahrung zu enthalten. Wenn du dich, verehrter, ganz und gar der Nahrung enthältst, so wollen wir dir himmlischen Saft und Kraft durch die Hautporen einflößen. Damit wirst du dich aufrechterhalten. Da sagte ich zu mir, wenn ich gänzlich zu Fasten behauptete, diese überirdischen Wesen aber mir himmlischen Saft und Kraft durch die Hautporen einflößten und mich damit aufrechterhielte, so wäre das eine Unwahrheit. So wies ich sie zurück und sprach, lasst gut sein. Der Buddha berichtet nun, dass er zwar Nahrung zu sich nahm, aber doch so wenig, dass er extrem erschöpft und abgemagert blieb. In unserem Text beschreibt er seinen damaligen Zustand mit folgenden Worten. Wenn ich meine Bauchhaut fassen wollte, faßte ich mein Rückgrat. Und wenn ich mein Rückgrat fassen wollte, faßte ich meine Bauchhaut. So haftete meine Bauchhaut Nahrungsaufnahme. Und wenn ich Kot und Urin entlassen wollte, stürzte ich vorn überhin infolge dieser geringen Nahrungsaufnahme. Und um meinen Körper zu beleben, rieb ich mir die Glieder mit der Hand. Wie ich mir da die Glieder mit der Hand rieb, fiel die Behaarung, deren Wurzeln verfault waren, mir vom Leib ab, infolge dieser geringen Nahrungsaufnahme. Da sagte ich zu mir, alle Asketen und Brahmanen, welche durch asketisches Verhalten sich so sehr kasteit haben, sind höchstens bis zu dieser Stufe gekommen und nicht weiter. Durch diese harten Peinigungen erreiche ich nicht die übermenschliche Vollkommenheit, die volle Herrlichkeit edlen Wissens und Schauens. Der Weg zur Erleuchtung muss wohl ein anderer sein. Und ich sprach weiter zu mir, ich entsinne mich, wie ich bei den Feldarbeiten meines Vaters, des Sakja, im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaumes gesessen habe, und ich da, von Lüsten mich abscheidend, von allen unreinen Wesenheiten mich abscheidend, in die mit Überlegung und Erwägung verbundene, aus Abgeschiedenheit geborene, von Befriedigung und Freude erfüllte erste Versenkung eingetreten bin und darin verharrt habe. Dies durfte wohl der Weg zur Erleuchtung sein. Da entstand in mir aus wachem Denken sich entwickelnd die Erkenntnis dies allein ist der Weg zur Erleuchtung. Da sprach ich zu mir solche Freude ist mit einem so aufs äußerste abgemagerten Körper nicht leicht zu erlangen. Ich will reichlich Nahrung zu mir nehmen, Reißmus und sauren Schleim. Dann nahm ich reichlich Nahrung zu mir, Reißmus und sauren Schleim. Zu der Zeit warteten meine fünf Anhänger, welche dachten, die Wahrheit, die der Asket Gotama erkennt, die wird er uns mitteilen. Als ich aber reichlich Nahrung zu mir nahm, Reißmus und sauren Schleim, da fielen die fünf Anhänger von mir ab und gingen hinweg. Der Asket Gotama lebt im Überfluss, ist geistlich im Streben untreu geworden und hat sich dem Überfluss zugewandt. So nahm ich reichlich Nahrung zu mir und kam wieder zu Kräften. Die Erleuchtung Der buddhistische Erlösungsweg ist ein Weg der Mitte. Er vermeidet die Extreme der Hingabe an das Leben des Weltmenschen mit seinen irdischen Genüssen einerseits und die übertriebene Askese andererseits. So waren zunächst die Weltflucht, also die Abkehr vom weltlichen Leben mit seinen Genüssen, dann aber auch die Abkehr von der extremen Hunger Askese, notwendige Voraussetzungen für die Vollendung des Erlösungsweges und die Erlangung der höchsten Erkenntnis. Wie wir aus dem zuletzt zitierten Text erfahren haben, erinnerte sich der Bodhisattva, als er die Vergeblichkeit der extremen Askese erkannte und unter einem Feigenbaum saß, eines Meditationserlebnisses in seiner Jugend. Damals schon hatte der Bodhisattva eine erste Stufe auf dem langen Weg zur vollkommenen Erkenntnis erreicht, denn die von ihm erreichte Meditationsstufe war nichts anderes als die erste Versenkung auf dem Weg zur vollkommenen Erkenntnis. Darüber und über die weiteren Stufen bis zur Erleuchtung berichtete der Buddha Buddha später in seiner Lehrdarlegung. So habe ich unter den in Nichtwissen versunkenen Geschöpfen des Nichtwissens Eierschale zerbrochen und habe die höchste Buddhaschaft erworben über der nichts anderes ist. Meine Kraft nun war angespannt und zog sich nicht zurück. Meine Wachsamkeit war rege und nicht zerstreut. Mein Körper war still und nicht in Unruhe. Mein Geist war gesammelt und auf einen Punkt gerichtet. Da trat ich von den Lüsten mich abscheidend, von allen unreinen Wesenheiten mich abscheidend, in die mit Überlegung und Erwägung verbundene, aus Abgeschiedenheit geborene, von Befriedigung und Freude erfüllte erste Versenkung ein und verharrte in ihr. Nach dem Zerruhekommen von Überlegung und Erwägung trat ich in die durch inneren Frieden und Einheitlichkeit des Geistes bezeichnete, von Überlegen und Erwägen freie, aus Sammlung geborene, von Befriedigung und Freude erfüllte zweite Versenkung ein und verharrte in ihr. Nach dem Hinscheiden des Befriedigungsgefühls verharrte ich gleichmütig, in Wachsein und Bewusstheit und empfand in meinem Körper ein Gefühl der Freude, was die Edlen nennen der gleichmütige Wachsame in Freude Weilende. So trat ich in die dritte Versenkung ein und verharrte in ihr. Nach dem Verlassen von Freude und nach dem Verlassen von Schmerz, nach dem Untergang alles früheren Wohlgefühls und Leidensgefühls trat ich in die durch schmerzlose und freudlose Läuterung des Gleichmuts und Wachseins bezeichnete vierte Versenkung ein und verharrte in ihr. Mit also gesammeltem Geist, mit geläutertem Reinheitsreichem, der von Flecken frei war, aller Schäden entledigt, geschmeidig, der Arbeit sich fügend, feststehend und unentwegt, wandte ich meinen Geist hin auf die Erinnerung und Erkenntnis meines früheren Daseins. So erinnerte ich mich an mannigfaltiges früheres Dasein, an eine Existenz, an zwei Existenzen, an drei, vier, fünf, zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, hundert, tausend, hunderttausend Existenzen, an viele Weltalter der Zerstörung, an viele Weltalter der Erneuerung, an viele Weltalter der Zerstörung und Erneuerung, dort war ich mit dem und dem Namen, von dem und dem Geschlecht, von der und der Erscheinung, von der und der Nahrung lebend, das und das Glück und Leiderfahrend, von so und so langer Lebensdauer, von da schied ich und wurde dort wiedergeboren, und auch dort war ich mit dem und dem Namen, von so und so langer Lebensdauer, von da schied ich und bin hier wiedergeboren, so erinnerte ich mich an mannigfaltiges früheres Dasein mit seiner Besonderheit und mit der Bestimmtheit seines Wesens. Dies ist die erste Wissenschaft, die ich in der ersten Nachtwache erlangt habe. Das Nichtwissen ist vernichtet, Wissen entstanden, die Finsternis ist vernichtet, Helligkeit entstanden, wie es sich gebührt für den, der unentwegt, in heißem Eifer, sein Selbst dem Streben weihend verharrt. Dies war mein erstes ans Licht kommen, wie das Herauskommen eines Küchleins aus der Eierschale. Mit also gesammeltem Geist, mit geläutertem, reinheitsreichem, der von Flecken frei war, aller Schäden entledigt, geschmeidig, der Arbeit sich fügend, feststehend und unentwegt, wandte ich meinen Geist hin auf die Kenntnis vom Abscheiden und Wiederkommen der Wesen. Da sah ich mit meinem göttlichen Auge dem reinen über menschliches Erhabenen, die Wesen, wie sie abschieden und wieder kamen, niedere und hohe, von schöner Erscheinung und von schlechter Erscheinung, wohlwandelnde und übel wandelnde, die Wesen, wie sie nach ihren Taten ihre Städte fanden, erkannte ich, da sind diese Wesen, behaftet mit üblen Gedanken, Worten und Werken, die die Heiligen geschmäht haben, falschem Glauben anhängend und falschen Glaubens Werke auf sich nehmend, die gehen, wenn ihr Leib zerbricht, jenseits 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 Todes den Unglücks Weg, den Bösen Gang zur Verdammnis, zur Hölle, jene anderen Wesen aber, begabt mit guten Gedanken, Worten und Werken, die die Heiligen nicht geschmäht haben, rechtem Glauben anhängend und rechten Glaubenswerke auf sich nehmend, die gehen, wenn ihr Leib zerbricht, jenseits des Todes den Heils Weg und kommen in den Himmel. So sah ich mit meinem göttlichen Auge dem Reinen über menschliches Erhabenen die Wesen, wie sie abschieden und wiederkamen, niedere und hohe, von schöner Erscheinung und von schlechter Erscheinung, wohlwandelnde und übelwandelnde, die Wesen, wie sie nach ihren Taten ihre Städte fanden, erkannte ich. Dies ist die zweite Wissenschaft, die ich in der mittleren Nachtwache erlangt habe. Das Nichtwissen ist vernichtet, Wissen entstanden, die Finsternis ist vernichtet, Helligkeit entstanden, wie es sich gebührt für den, der unentwegt in heißem Eifer sein Selbst im Streben weihend verharrt. Dies war mein zweites ans Licht kommen, wie das Herauskommen eines Küchleins aus der Eierschale. Mit also gesammeltem Geist, mit geläutertem, reinheitsreichem, der von Flecken frei war, aller Schäden entledigt, geschmeidig, der Arbeit sich fügend, feststehend und unentwegt, wandte ich meinen Geist hin auf die Kenntnis des Untergangs der Verderbnisse. Dies ist das Aufhebung des Leidens, also erkannte ich in Wahrheit. Dies ist der Weg zur Aufhebung des Leidens, also erkannte ich in Wahrheit. Dies sind die Verderbnisse. Dies ist die Entstehung der Verderbnisse. Dies ist die Aufhebung der Verderbnisse. Dies ist der Weg zur Aufhebung der Verderbnisse, also erkannte ich in Wahrheit. Indem ich also erkannte und also schaute, wurde meine Seele erlöst vom Verderbnis der Lust und meine Seele wurde erlöst vom Verderbnis des Werdens und meine Seele wurde erlöst vom Verderbnis des Irrglaubens und meine Seele wurde erlöst vom Verderbnis des Nichtwissens. Im Erlösten entstand die Erkenntnis, ich bin erlöst. Vernichtet ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel, erfüllt die Pflicht. Keine Rückkehr gibt es mehr zu dieser Welt. Also erkannte ich. Dies ist die dritte Wissenschaft, die ich in der letzten Nachtwache erlangt habe. Das Nichtwissen ist vernichtet, Wissen entstanden. Die Finsternis ist vernichtet, Helligkeit entstanden, wie es sich gebührt für den, der unentwegt, in heißem Eifer, sein Selbst im Streben weihend verharrt. Dies war mein drittes ans Licht kommen, wie das Herauskommen eines Küchleins aus der Eierschale. Lehrreden und Predigten Mit seiner Erleuchtung hat der Buddha für sich die Erlösung vom Leiden, die Befreiung aus dem leidvollen Kreislauf von Geburt, Krankheit, Alter, Tod und Wiedergeburt erlangt. Für ihn war das Leiden endgültig überwunden. Aber ein vollkommen erleuchteter Buddha ist nicht damit zufrieden, diesen Weg zur Erlösung nur für sich allein erkannt zu haben. Aus Mitleid mit den Wesen entschließt er sich, anderen den Weg zur Erlösung zu zeigen. So wird der Erlöste zum Erlöser. Aber die Erlösung ist nicht durch Glauben oder durch Gebet zu erreichen, sondern nur durch die Befolgung der Lehren des Buddha. Das heißt, der Buddha ist lediglich Wegweiser. Jeder kann diesen Weg nur allein gehen. Dieser Weg ist Inhalt der Lehre des Buddha. Wir wollen nun einen Bericht über den Beginn der Lehrtätigkeit des Buddha wiedergeben, der zu den ältesten Bestandteilen der buddhistischen Überlieferung gehört. Der Buddha ist auf dem Weg nach Varanasi, dem heutigen Benares, und begegnet einem Wandermönch. Sein Versuch, ihn zu bekehren, schlägt fehl. Nun entschließt er sich, zu jenen fünf Asketen zu sprechen, die schon zur Zeit seiner extremen Askese seine Anhänger gewesen waren, sich aber von ihm abgewandt hatten, als er wieder Nahrung zu sich nahm. Diese erste Lehrrede des Buddha ist unter der Bezeichnung »Predigt von Benares« bekannt und ist der wohl berühmteste buddhistische Predigttext. Dahama Chakapavatana Sutta Die Predigt von Benares Der Erhabene wanderte weiter von Ort zu Ort und kam nach Benares, zum Gazellenhain Isipatana, wo seine früheren Anhänger waren. Da erblickten diese fünf den Erhabenen, wie er von fern einher kam. Ihn erblickend verabredeten sie miteinander »Da kommt der Asket Gotama, meine Freunde, der im Überfluss lebt, dem geistlichen Streben untreu geworden ist, sich dem Überfluss zugewandt hat. Den darf man nicht ehrfurchtsvoll begrüßen oder vor ihm aufstehen oder ihm Almosenschale und Obergewand abnehmen. Doch mag man ihm einen Sitz hinstellen, wenn er will, mag er sich setzen. Je näher aber der Erhabene zu den fünf seiner früheren Anhänger herankam, um so weniger vermochten sie bei ihrer Abrede zu bleiben. Sie gingen dem Erhabenen entgegen, und der eine nahm dem Erhabenen Almosenschale und Obergewand ab, der andere bereitete ihm einen Sitz, wieder ein anderer brachte ihm Fußwasser, Fußbank und Fußschemel. Und der Erhabene setzte sich auf den Sitz, der ihm bereitet war, nieder. Dort sitzend wusch der Erhabene seine Füße. Sie aber sprachen den Erhabenen mit seinem Namen an und redeten ihn an »Mein Freund«. Als sie so redeten, sprach der Erhabene zu den fünf Mönchen also »Sprecht nicht, ihr Mönche, den Vollendeten mit seinem Namen an, und redet ihn nicht an »Mein Freund«. Der Vollendete, ihr Mönche, ist der Heilige Höchste Buddha. Tut euer Ohr auf, ihr Mönche. Die Erlösung vom Tode ist gefunden. Ich unterweise euch, ich predige euch die Lehre.« Als er so redete, sprachen die fünf Mönche zu dem Erhabenen also »Durch jenen Wandel, lieber Gautama, durch jene Übungen, durch jene Kasteiungen, hast du nicht die übermenschliche Vollkommenheit, die volle Herrlichkeit edlen Wissens und Schauens erreichen können. Wie willst du denn jetzt, wo du im Überfluss lebst, dem geistlichen Streben untreu geworden bist, dem Überfluss dich zugewandt hast, die übermenschliche Vollkommenheit erreichen, die volle Herrlichkeit edlen Wissens und Schauens?« Als sie so redeten, sprach der Erhabene zu den fünf Mönchen also »Der Vollendete, ihr Mönche, lebt nicht im Überfluss, ist nicht dem geistlichen Streben untreu geworden, hat sich nicht dem Überfluss zugewandt. Der Vollendete, ihr Mönche, ist der heilige, höchste Buddha. Tut euer Ohr auf, ihr Mönche, die Erlösung vom Tode ist gefunden. Ich unterweise euch, ich predige euch die Lehre. Wenn ihr nach meiner Unterweisung wandelt, so werdet ihr über ein kleines Das, um dessen Willen edle Jünglinge ganz und gar von der Heimat lassen und in die Heimatlosigkeit gehen, diese höchste Vollendung heiligen Wandels unter Erschauen der Lehre selbst erkennen, sie von Angesicht sehen und darin verweilen. Als sie so redeten, sprach der Erhabene zu den fünf Mönchen also »Gebt ihr mir zu, ihr Mönche, dass ich nie zuvor also zu euch geredet habe?« »Das hast du nicht, Herr.« »Der Vollendete, ihr Mönche, ist der heilige, höchste Buddha. Tut euer Ohr auf, ihr Mönche, die Erlösung vom Tode ist gefunden.« Nachdem wir zunächst von der Lebensgeschichte des Buddha bis zu seiner Erleuchtung und seiner ersten Lehrrede, der berühmten Predigt von Benares, gehört haben, wollen wir nun versuchen, mit Auszügen aus Lehrreden und Aussprüchen des Buddha in die Grundzüge seiner Lehre einzuführen. Ausgangspunkt ist die im alten Indien zu jener Zeit schon weit verbreitete Vorstellung von der Wiedergeburt oder Wiederverkörperung der Lebewesen nach ihrem Tod. Schon in den Upanishaden, den heiligen Texten der dem Buddhismus vorausgehenden Periode der indischen Religionsentwicklung, hatte sich diese Lehre durchgesetzt. Die Wiedergeburtslehre verbannt sich mit der Überzeugung, dass die neue Verkörperung der Wesen entsprechend ihrem moralischen Verhalten in den vorhergehenden Existenzen erfolgt. Dies bedeutet, dass moralisch richtiges Verhalten zu einer guten Wiedergeburt und unmoralisches Verhalten zu einer schlechten Wiedergeburt führt. In dieser Weise läuft der anfanglose Kreislauf der Wesen von Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt unermesslich lange Zeiträume hindurch ab. Dies wird in unserem ersten Text geschildert. Der zweite der nun folgenden Texte handelt von der Einseitigkeit der unerleuchteten Erkenntnis. Hier wird uns in einem Gleichnis die Vergeblichkeit der Bemühungen derjenigen geschildert, die den richtigen Weg nicht finden können. Die besondere Erkenntnis des Buddha, die seine Lehre von anderen Erlösungslehren unterscheidet, besteht in der Einsicht, dass es keine unvergängliche Seele gibt. Nur die vollkommene Erkenntnis des wahren Wesens dieses vergänglichen Daseins führt zur Befreiung vom Begehren und zur Erlösung und damit zum Ende des Leidens, zum Nirwana. Dies bedeutet das Ende des Kreislaufs von Leiden, Tod und Wiedergeburt. Nirwana ist das Wort für Erlöschen. Aber nur dem Unwissenden erscheint es als absolute Vernichtung. Für den Wissenden ist Nirwana der von der Welt der Erscheinungen radikal verschiedene Bereich des absoluten Friedens. Die Unermesslichkeit der Wiedergeburten Aus dem Endlosen, ihr Mönche, kommt die Wanderung. Kein Anfang lässt sich absehen, von welchem an die Wesen im Nichtwissen befangen, vom Durst gefesselt umherirren und wandern. Es kommt ein Tag, ihr Mönche, wo der große Ozean austrocknet und vertrocknet und nicht mehr ist. Nicht aber verkünde ich euch ein Ende, dass die Leiden der im Nichtwissen befangenen, vom Durst gefesselten, umherirrenden und wandernden Wesen finden werden. Es kommt ein Tag, ihr Mönche, wo der Sineru, der König der Berge, verbrennt, untergeht und nicht mehr ist. Nicht aber verkünde ich euch ein Ende, dass die Leiden der im Nichtwissen befangenen, vom Durst gefesselten, umherirrenden und wandernden Wesen finden werden. Es kommt ein Tag, ihr Mönche, wo die große Erde verbrennt, untergeht und nicht mehr ist. Nicht aber verkünde ich euch ein Ende, dass die Leiden der im Nichtwissen befangenen, vom Durst gefesselten, umherirrenden und wandernden Wesen finden werden. Aus dem Endlosen, ihr Mönche, kommt die Wanderung. Kein Anfang lässt sich absehen, von welchem an die Wesen, im Nichtwissen befangen, vom Durst gefesselt, umherirren und wandern. Wie meint ihr, ihr Mönche, was ist mehr, das Wasser in den vier großen Ozeanen oder die Tränen, die geflossen und von euch vergossen sind, wie ihr auf diesem weiten Weg umherirrtet und wandertet und jammertet und weintet, weil euch zuteil wurde, was ihr hastet und nicht zuteil wurde, was ihr liebtet. Durch lange Zeiten, ihr Mönche, habt ihr der Mutter tot erfahren, habt des Vaters tot erfahren, des Bruders tot, der Schwester tot, des Sohnes tot, der Tochter tot, Verlust der Verwandten, Verlust der Güter. Und wie ihr Verlust der Güter erfuhrt, waren mehr die Tränen, die geflossen und von euch vergossen sind, als das Wasser in den vier großen Ozeanen. Und woher das? In der Ewigkeit, ihr Mönche, hat die Wanderung ihren Beginn. So ist denn Ursache genug, ihr Mönche, sich von den Gestaltungen abzuwenden, vom Begehren nach ihnen sich zu befreien, die Erlösung zu gewinnen. Die Einseitigkeit des unerleuchteten Erkennens Also habe ich gehört. Einstmals verweilte der Erhabene zu Savati, im Jetavana, im Garten des Anathapindika. Zu dieser Zeit kamen viele Asketen, Brahmanen, Wandermönche verschiedener Sekten nach Savati herein, um Almosen zu sammeln. Verschieden voneinander in dem, was sie glaubten, was sie für Recht hielten, was sie billigten, an verschiedene Glaubenslehren sich haltend. Da waren Asketen und Brahmanen, die also lehrten und also glaubten, die Welt ist ewig, nur dies ist wahr, alles andere ist Torheit. Dann waren da Asketen und Brahmanen, die also lehrten und also glaubten, die Welt ist nicht ewig, nur dies ist wahr, alles andere ist Torheit. Dann waren da Asketen und Brahmanen, die also lehrten und also glaubten, die Welt ist endlich, die Welt ist nicht endlich. Seele und Leib sind dasselbe, Seele und Leib sind verschieden. Der Vollendete ist nach dem Tode, der Vollendete ist nicht nach dem Tode, der Vollendete ist und ist nicht nach dem Tode, der Vollendete ist weder noch ist er nicht nach dem Tode. Nur dies ist wahr, alles andere ist Torheit. Die lebten untereinander in Hader, Zank und Streit, mit dem Speer ihrer Rede aufeinander losstechend. Dies ist Wahrheit, nein, dies ist nicht die Wahrheit, dies ist nicht die Wahrheit, nein, dies ist die Wahrheit. Da waren nun viele Mönche, die kleideten sich am Morgen an, nahmen Almosenschale und Gewand und gingen nach Savati hinein, Almosen zusammen. Als sie in Savati den Almosengang vollbracht hatten, nach dem Mahl vom Almosengang zurückgekehrt, gingen sie zu dem Erhabenen, brachten ihm ehrfurchtsvollen Gruß und setzten sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprachen die Mönche zum Erhabenen also. Da weilen her viele Asketen, Brahmanen, Wander, Mönche verschiedener Sekten zu Savati. Verschieden voneinander in dem, was sie glauben, was sie für Recht halten, was sie billigen, an verschiedene Glaubenslehren sich haltend. Die leben untereinander in Hader, Zank und Streit, mit dem Speer ihrer Rede aufeinander losstechend. Dies ist Wahrheit, nein, dies ist nicht die Wahrheit, dies ist nicht die Wahrheit, nein, dies ist die Wahrheit. Die Wandermönche von den anderen Sekten, ihr Mönche, sind blind und haben keine Augen. Sie wissen nicht, was wirklich und was unwirklich ist. Sie wissen nicht, was wahre Lehre und falsche Lehre ist. Nicht wissend, was wirklich und was unwirklich, was wahre Lehre und falsche Lehre ist, leben sie in Hader, Zank und Streit. Es war einmal ihr Mönche eben hier in Savati ein König. Der sprach zu einem seiner Leute, Geh hin, mein lieber Mann, und lass alle Blindgeborenen von Savati an einem Ort zusammenkommen. Ja, Herr. So nahm ihr Mönche jener Mann den Befehl des Königs entgegen, holte alle Blindgeborenen von Savati zusammen, ging zum König und sprach zu ihm, Herr, alle Blindgeborenen von Savati sind an einem Orte versammelt. So zeige, sage ich dir, den Blindgeborenen einen Elefanten. Ja, Herr. So nahm der Mann den Befehl des Königs entgegen und zeigte den Blindgeborenen einen Elefanten. So ist ein Elefant, ihr Blindgeborenen. Den einen Blindgeborenen zeigte er des Elefantenkopf. So ist ein Elefant, ihr Blindgeborenen. Den anderen Blindgeborenen zeigte er des Elefantenohr. Anderen einen Zahn, anderen den Rüssel, anderen den Rumpf, anderen einen Fuß, anderen den Rücken, wieder anderen den Schwanz und den letzten das Schweifhaar. So ist ein Elefant, ihr Blindgeborenen. Als so der Mann ihr Mönche den Blindgeborenen, den Elefanten gezeigt hatte, ging er zum König und sprach zu ihm, Herr, die Blindgeborenen haben den Elefanten gesehen. Tue, was du jetzt an der Zeit hältst. Da ging der König, ihr Mönche, zu den Blindgeborenen hin und sprach zu ihnen, Habt ihr den Elefanten gesehen, ihr Blindgeborenen? Ja, Herr, wir haben den Elefanten gesehen. So sagt mir, ihr Blindgeborenen, wem gleicht nun der Elefant? Die Blindgeborenen, ihr Mönche, die den Kopf des Elefanten gesehen hatten, antworteten, der Elefantherr ist wie ein Topf. Die Blindgeborenen, die das Ohr des Elefanten gesehen hatten, antworteten, der Elefantherr ist wie eine Kornschwinge. Die Blindgeborenen, die den Zahn des Elefanten gesehen hatten, antworteten, wie eine Pflugschar. Die Blindgeborenen, die den Rüssel des Elefanten gesehen hatten, antworteten, wie eine Pflugdeichsel. Die Blindgeborenen, die den Rumpf des Elefanten gesehen hatten, antworteten, wie ein Speicher. Die Blindgeborenen, die den Fuß des Elefanten gesehen hatten, antworteten, wie eine Säule. Die Blindgeborenen, die den Rücken des Elefanten gesehen hatten, antworteten, wie ein Mörserkolben. Die Blindgeborenen, die die Schweifhaare des Elefanten gesehen hatten, antworteten, wie ein Besen. So ist der Elefant. Nein, so ist er nicht. So ist der Elefant nicht. Nein, so. Und sie schlugen mit ihren Fäusten aufeinander los. Der König aber, ihr Mönche, hatte daran seine Freude. So sind auch ihr Mönche die Wandermönche von den anderen Sekten, blind und haben keine Augen. Sie wissen nicht, was wirklich und was unwirklich ist. Sie wissen nicht, was wahre Lehre und falsche Lehre ist. Nicht wissend, was wirklich und was unwirklich, was wahre Lehre und falsche Lehre ist, leben sie in Hader, Zank und Streit. Nirvana, Nirvana, so sagt mein Freund Sariputa. Was ist nun das Nirvana, Freund? Der Begierende, des Hassesende, der Verblendungende. Das, mein Freund, nennt man das Nirvana. Heiligkeit, Heiligkeit, so sagt mein Freund Sariputa. Was ist nun Heiligkeit, Freund? Der Begierende, des Hassesende, der Verblendungende. Das, mein Freund, nennt man Heiligkeit. Also habe ich gehört. Einstmals verweilte der Erhabene zu Savati im Jetavana, dem Garten des Anathapindika. Zu der Zeit nun unterwies der Erhabene die Mönche, ermahnte sie, trieb sie an und erfreute sie durch Reden der Lehre, die sich auf das Nirvana bezogen. Die Mönche aber, ihren Glauben und ihre Gedanken darauf richtend, alles im Geist überlegend, aufmerksam zuhörend, vernahmen die Lehre. Solches erkennend tat der Erhabene zu der Zeit den Ausruf. Es gibt, ihr Mönche, eine Stätte, wo nicht Erde ist, nicht Wasser, nicht Feuer, nicht Luft, nicht die Stufe der Raumunendlichkeit, nicht die Stufe der Erkenntnisunendlichkeit, nicht die Stufe der Nicht-Irgend-Etwas-Heit, nicht die Stufe von weder Vorstellen noch Nicht-Vorstellen, nicht diese Welt noch jene Welt, weder Mond noch Sonne. Das nenne ich, ihr Mönche, nicht kommen, noch gehen, noch stehen, noch sterben, noch Geburt. Ohne Grundlage, ohne Fortgang, ohne Halt ist es. Das ist das Leidensende. Es gibt, ihr Mönche, ein ungeborenes, ungewordenes, nicht gemachtes, nicht gestaltetes. Gäbe es nicht, ihr Mönche, dies ungeborene, ungewordene, nicht gemachte, nicht gestaltete, würde für das geborene, gewordene, gemachte, gestaltete kein Ausweg zu finden sein. Da es aber, ihr Mönche, ein ungeborenes, ungewordenes, nicht gemachtes, nicht gestaltetes gibt, so ist für das geborene, gemachte, gestaltete ein Ausweg zu finden. Einstmals verweilte der Erhabene zu Savati im Jetavana im Garten des Anatapindika. Zu der Zeit nun unterwies der Erhabene die Mönche, ermahnte sie, trieb sie an und erfreute sie durch Reden der Lehre, die sich auf das Nirvana bezogen. Die Mönche aber, ihren Glauben und ihre Gedanken darauf richtend, alles im Geist überlegend, aufmerksam zuhörend, vernahmen die Lehre. Solches erkennend, tat der Erhabene zu der Zeit den Ausruf, für das, was an anderem haftet, gibt es Wanken. Für Nichthaftendes gibt es kein Wanken. Wo kein Wanken ist, ist Ruhe. Wo Ruhe ist, ist keine Lust. Wo keine Lust ist, ist kein Kommen und Gehen. Wo kein Kommen und Gehen ist, ist kein Sterben und keine Geburt. Wo kein Sterben und keine Geburt ist, ist kein Hiniden, kein Drüben, kein Dazwischen. Das ist das Leidensende. Der Missionsauftrag des Buddha an seine Jünger Nachdem der Buddha das Nirvana erreicht hatte und ihm der dahin führende Weg völlig klar geworden war, wollte ihn Mara dazu verleiten, gleich ins endgültige Nirvana einzugehen und seine Erkenntnis für sich zu behalten. So erzählt uns die Überlieferung. Mara ist die Personifikation all dessen, was die Lebewesen im Kreislauf der Wiedergeburten festhält, also das buddhistische Gegenstück zum Satan des christlichen Glaubens. Die buddhistische Überlieferung berichtet auch von Privat-Buddhas, die die Erlösung nur für sich selbst erlangt haben. Aber unser Buddha, der Begründer der buddhistischen Religionsgemeinschaft, gab seine Erkenntnis weiter. Aus Mitleid mit den leidenden Wesen verkündet er seine Lehre den Weg zur Erlösung. Damit nun aber die Botschaft des Erleuchteten vom wahren Weg zum Nirvana in der Welt verbreitet und vielen zugänglich werden kann, hat der Buddha seinen Mönchen den Auftrag erteilt, hinauszugehen in die Welt und seine Lehre zu verkünden. Aber diese Verkündigung darf niemandem aufgedrängt werden. Deshalb schreibt die Mönchsregel vor, dass ein buddhistischer Mönch nur predigen darf, wenn er dazu aufgefordert wird. Wir zitieren nun aus einem alten Text, in dem dieser Missionsauftrag begründet wird. Der Erhabene aber redete zu den Mönchen also. Gelöst bin ich, ihr Mönche, von allen Fesseln, von göttlichen und menschlichen. Auch ihr seid von allen Fesseln gelöst, ihr Mönche, von göttlichen und menschlichen. Wandelt euren Weg, ihr Mönche, zu vieler Wohl, zur Freude vieler, zum Erbarmen für die Welt, zum Besten, zum Wohl, zur Freude von Göttern und Menschen. Geht nicht zu zweien denselben Weg. Predigt ihr Jünger die Lehre, deren Anfang herrlich ist, die in der Mitte herrlich ist, die am Ende herrlich ist, nach dem Geist und nach dem Buchstaben. Macht offenbar den ganzen und vollen, reinen Wandel in Heiligkeit. Es gibt Wesen, denen nur wenig Unreinheit anhaftet. Aber wenn sie die Lehre nicht hören, gehen sie verloren. Eben diese Wesen werden, wenn sie die Lehre hören, Erkenner der Lehre sein. Und auch ich, ihr Mönche, werde nach Uruwela gehen, die Lehre zu predigen. Und auch ich, ihr Mönche, werde nach Uruwela gehen, auch in der nächsten Monaten. Vielen Dank.